Am Fusion 360 Tutorial. Heute haben wir von jemandem was geschickt bekommen, der hat das Problem, er weiß nicht, wie er das erstellt. Und wir haben jetzt einfach ein paar Fotos bekommen und nachhand dieser Fotos konstruieren wir das Ganze heute und schauen uns an, wie kommen wir da zum perfekten Ergebnis, auch mit den ganzen Kurven und Kanten. Und hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack, wie das Ganze dann fertig aussieht und wie das Ganze genau funktioniert. Das seht ihr jetzt und dann legen wir einfach mal direkt los von einem Foto zum CAD-Zeichnung. So, wir haben einmal eine Anfrage bekommen und da ging es darum, wie kann ich so ein Teil hier machen und wie funktioniert das eigentlich. Und hier müssen wir mal zwei Annahmen machen. Das erste ist, wir sagen, das Ding ist einfach spiegelgleich und wir würden mal sagen, dass es gleichmäßig dick ist. Man kann das jetzt auf zwei unterschiedliche Sachen sehen. Entweder ist es so fotografiert, dass man es nicht erkennt, dass es unten dicker ist als oben, was ich mir gut vorstellen könnte, oder es ist gleichmäßig dick. Wir werden uns auf jeden Fall beide Fälle mal anschauen und wir fangen jetzt einfach mal direkt an mit erstmal gleichmäßig dick. Dafür müssen wir erstmal diese Grundform erkennen. Das heißt, wir werden nur eine Seite erstellen, das am Ende spiegeln und hätten dann den Körper. Und das wäre ja eigentlich nur so ein L nach unten mit einer Abrundung. Okay, dafür würden wir einfach mal hier eine Skizze anlegen in Fusion und das schauen wir uns mal von oben an. Das heißt, einmal nach hinten, also nach drüben und einmal nach hinten. Dann sagen wir hier einmal fertig und überlegen uns, ob das so passen kann. Ich würde das hier fast ein bisschen länger machen, vielleicht so in die 100. Und dann gehen wir hin und runden das Ganze ab. Hier unter Abrunden in der Skizzenfunktion direkt. Und sagen hier Enter. Perfekt. Dann sagen wir die Skizze fertigstellen und wechseln einmal in den Flächenbereich und erheben das Ganze im Flächenbereich um so roundabout 10 mm. Ich zoome das mal ganz kurz so hin, dass ich das mal von der Seite aus sehe. Ob mir das gefällt. Und wenn ich mir das gerade so anschaue, könnte es ein bisschen kleiner sein. So hier. Und dann sage ich okay. So, dann stellen wir eine neue Skizze und diese Skizze soll hier vorne auf dieser Seite liegen. Und dann überlegen wir uns mal, wie könnte diese Abrundung funktionieren. Wir sagen nochmal einmal P für die Projektion. Projizieren uns auch nochmal diese Fläche hier mit rein. Und würden hier ein Spline nehmen. Wir wissen, dass es hier unten anfangen soll. Es geht relativ steil am Anfang. Also würde ich irgendwie hier nochmal einen Punkt setzen. Und dann würde es einfach hier noch einen Punkt haben. Und dann würde es abfallen in die Kurve rein. Also wenn wir uns das hier nochmal anschauen. Die sind sehr, sehr steil am Anfang. Das heißt, wir brauchen hier irgendwie einen Punkt, dass wir das regeln können. Dann fällt das ein bisschen ab. Und dann geht es hier oben in die Kurve rein. Also würde ich hier einen Punkt setzen und da noch einen Punkt setzen. Und dann halt den Endpunkt. Und dann müssten wir das eigentlich darstellen können. Gut. Das heißt, der Punkt hier vorne, das ist schon mal der Wichtige. Der ist sozusagen das hier vorne regelt. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass es so hier ist. Der Punkt hier in der Mitte, der regelt was anderes. Hier wollen wir erstmal gerne haben, dass das hier relativ entspannt abläuft. Das gefällt mir sehr gut. Und hier schauen wir uns einmal diese Krümmung an, wie sie sich verhalten soll. Und ich denke mal, so ist es relativ gut geworden. Wenn wir uns das einmal anschauen. Ja, doch. Und dann sagen wir einmal Skizze fertigstellen und gehen hier auf den Stutzenbefehl, wählen als Stutzungswerkzeug dieses Teil hier aus. Und sagen, das hier soll er wegschneiden und sagen Enter. Also nochmal langsam, dieser Stutzenbefehl, da hat man halt die Möglichkeit, sozusagen eine Kurve auszuwählen in der Skizze, also die, was wir gerade erstellt haben. Und wählen dann halt sozusagen die Fläche aus, die er bearbeiten soll. Und bestätigen das mit Enter und dann schneidet er sozusagen das Ganze weg. Das heißt, wenn wir diese Skizze jetzt einmal ausblenden und uns das von der Seite ansehen, sehen wir, hat das genauso weggestutzt. Und wenn wir jetzt hier unsere Vergleichfoto reinnehmen, sehen wir, dass es schon echt gut aussieht dafür, dass ich nicht das echte Bauteil vor mir liegen habe. Wir könnten am Anfang vielleicht noch ein bisschen mehr hochgehen. Das können wir ganz kurz ändern, indem wir hier in die Skizze reingehen. reinzoomen und sagen, okay, dass wir jetzt so ein bisschen mehr hochgehen. So hier. Das ist schon mal ganz gut. Okay, dann wollen wir einmal sagen, dass das ganze Teil gleich dick ist. Und da würden wir einfach hingehen und sagen, erstelle mir eine Verdickung hiervon um, nicht 21, sondern 2 oder 3 Millimeter. Machen wir 2 Millimeter. Und würden sagen, runden wir den ganzen Spaß bitte einfach um 1 Millimeter ab. Und dann hätten wir sozusagen auch dieses runde Profil, wie wir es hier oben sehen, auf dem Körper und wären dann eigentlich relativ zügig fertig. Müssten das Ganze halt nochmal einmal spiegeln an der vorderen Fläche und hätten damit diesen Körper erledigt. So, jetzt gibt es eine andere Annahme. Das heißt, der ist nicht gleich dick. Wir müssen uns das nochmal anschauen. Da würde ich sagen, das untere ist eher dicker als das obere. Und da müssten wir mal überlegen, wie wir das machen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, dass wir davon ausgehen, dass diese Verdickung gleichmäßig auf beiden Seiten rausläuft. Dass wir sozusagen etwas haben, was so aufgeht wie ein Kegel oder eine Pyramide. Oder wir sagen, es wird nur dick auf einer Seite. Aber wenn ich mir das so anschaue, könnte es sein. Hier sieht es nämlich nicht aus, als würde es dicker werden. Außer in der Innenseite. Und hier sieht es mir aus, als würde das hier auch so rauslaufen. Also würde ich fast sagen, es wird nur dick nach außen. Und dafür würden wir jetzt einmal mal das abrunden und das Verdicken nochmal rückgängig machen. Blenden hier nochmal unseren Körper ein. Und gehen hin und erstellen nochmal eine zweite Skizze. Diese Skizze nutzen wir jetzt einfach mal und sagen, wir projizieren uns den ganzen Spass hier einmal rein. Und wir gehen hin und sagen, wir erstellen einen Versatz. Und dieser Versatz soll von diesem Körper aus sein. Und er soll zum Beispiel ein Millimeter sein. Wenn wir das Ganze jetzt so verbinden würden, was wir schon mal machen können hier vorne mit L mit Linie, diese beiden hier, wäre das ja schon mal gar nicht so verkehrt. So, wenn wir uns das Foto nochmal anschauen, sehen wir, dass diese Spitze schon relativ spitz zueinander zulaufen. Und das müssen wir auch berücksichtigen. Ich würde sagen, hier ist maximal vielleicht so ein halber Millimeter Gap oder zwei Millimeter Gap. Also wir sagen mal ein Millimeter Gap und das Ganze ist zwei Millimeter dick. Gehen wir mal davon aus. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Das heißt, dieser Versatz, den wir hier gemacht haben, der soll zwei Millimeter sein. Und hier oben wollen wir ein Millimeter Gap maximal haben. Das heißt, wir gehen mal raus und machen hier ein Millimeter gerade aus. Jetzt müssen wir ja sozusagen diese Punkte miteinander verbinden. Und das Einfachste, das zu tun ist mit einem Bogen mit drei Punkten. Dann sagen wir, dieser Millimeter Gap soll ja hier in die Kurve sauber reinlaufen und das soll ja so tangential hier zu laufen. Das sieht für mich am besten aus. Und dann könnte ich noch sagen, das Ganze soll abgerundet sein. Zum Beispiel, dafür müsste ich mir aber nochmal hier eine Linie anlegen, wo wir die beiden hier verbinden. Und dann sagen wir, das Ganze soll zwischen der und dieser Linie abgerundet sein und zwischen dieser Linie und dieser Linie abgerundet sein. Und das soll so hier sein. Dann sieht das schon mal ganz in Ordnung aus und sagt, Skizze fertigstellen. So, jetzt sehen wir, was wir hier getan haben. Wir haben hier hier was verbundene. Wir haben hier unten irgendwie eine Fläche stehen. Und irgendwie soll das Ganze im Körper ergeben. Und so richtig Sinn ergibt das Ganze noch nicht im Kopf, oder? Also müssen wir jetzt dafür sorgen, dass das irgendwie Sinn im Kopf ergibt. So, da geht schon los, dass diese Abrundung hier auf dieser Seite keinen Sinn ergibt. Das heißt, da müssen wir nochmal ganz kurz rein. Und da würde ich sagen, die Abrundung löschen wir hier einfach mal und sagen, verbinden, das senkrecht hiermit. Dann gefällt mir das Ganze schon besser und es sieht ein bisschen logischer aus, finde ich. Nachdem wir jetzt hier das Gefühl haben, dass das Ganze ein bisschen Sinn ergibt, müssen wir das beide ja nur noch verbinden. Und das geht relativ einfach über erstelle mir eine Erhebung. Aber im Flächenbereich ist das Wichtige. Und zoomen wir hier raus an die Spitze und wählen als allererstes mal hier unser Profil aus. Das heißt, die beiden, das hier, das hier, das hier, das hier und dieses hier. Und dann sagen wir hier plus für ein neues Profil und sagen, das hier soll in unserem Profil drin sein, im neuen. Das soll noch drin sein, das soll drin sein und das hier soll drin sein. Und wir sagen, okay. So, dann sehen wir hier draußen hat er das Ganze sehr sauber zugeschnittene. Um jetzt zum Beispiel noch diese Biegung hier zu verändern, wenn wir von hier aus drauf schauen. Sehen wir, das ist ja nicht so ganz perfekt. Können wir hingehen und sagen, das Verbundene soll im G2-Befehl. Ja, das funktioniert nicht. Im G1-Befehl. G0. Im G0 sieht es ein bisschen besser aus. Also würde ich das als G0 nehmen. Richtung wieder nicht. Also gehen wir auf Verbundene und sagen erstmal, okay. Obwohl hier, wenn wir diese Tangentialkanten nehmen, ich glaube, das sieht sogar noch fast besser aus. Und dann sagen wir mal, okay. Perfekt. Das heißt, das gefällt mir schon mal sehr gut. Das einzigste Problem, was wir jetzt an diesem Körper haben, ist, dass er einmal hier oben spitz zuläuft. Aber da kümmern wir uns auch gleich drum. Und dass er hier nicht geschlossen ist. Okay. Um was kümmern wir uns als erstes? Als allererstes würde ich mal die Skizze hier nochmal einblenden. So, das heißt, wir müssen nochmal innen hier die Fläche auswählen. Und das machen wir jetzt hier über Fläche. Wählen das Ganze einmal aus. Und sagen hier, okay. Und sagen dann nochmal hier nochmal eine Fläche erstellen. Und diesmal wollen wir diese Verkettung deaktivieren. Und wählen einmal diese drei Kanten hier an. Sagen, okay. Dann sehen wir, haben wir jetzt ganz viele einzelne Körper. Die markieren wir jetzt einfach mal alle und sagen, stutzene. Und sagen, okay. Jetzt haben wir noch einen Blumenkörper. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt können wir F sagen für die Abrundung. Und können sagen, hier zum Beispiel ein Millimeter. Da wäre alles weg. Das wollen wir auch nicht. Also machen wir 0,5. Oder 0,3 Millimeter. So. Dann sieht das Ganze schon mal sehr gut aus. Und hätten damit diesen Körper erstellt. Der unten auch ein bisschen dicker ist als der andere. Jetzt sagen wir nochmal das Ausblenden. Und hätten das ganze Teil. Jetzt könnten wir nochmal sagen, es ist ein bisschen lang geraten. Also gehen wir mal hin und sagen mal E für die Extrusion. Und extrudieren das einfach mal so ein bisschen zurück, bis die Verhältnisse wieder Sinn machen. Und dann gehen wir auf Volumenkörper, erstellen wir eine Spiegelung von diesem Bauteil zu diesem. Und haben dann hier dieses Bauteil erstellt. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr danach aus, als das, was ich hier als Foto geschickt bekommen habe. Und jetzt habt ihr mal gesehen, wie ich da vorgehe, wenn ich dann zum Beispiel etwas habe, was ich nicht in der Hand habe. Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft das weiter. Und ja, dann hören und sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und ich wünsche euch hier immer super viel Spaß beim Konstruieren. Und bis dann. Ciao, ciao.